Hey ADHS-Athlete und willkommen zum zweiten Teil der Serie ADHS-Medikamente. In dieser Podcast-Folge erfährst du ganz genau, welche Medikamente es gibt und wie du dich entscheidest, diese zu nehmen. Diese Medikamente gibt es jetzt. Grundsätzlich gibt es zwei Hauptgruppen. Die zwei Hauptgruppen von Medikamenten für Kinder und Erwachsene sind Präparate mit Stimulantien und Medikamente ohne Stimulantien. Die meisten Studien bzw. Forschungen wurden jedoch mit Stimulantien durchgeführt. Und wir schauen uns jetzt zunächst die Stimulantien an. Die meisten Leute wundern sich, wie ein Stimulant gegen ADHS helfen kann. Denn die meisten ADHSler wirken ohnehin schon überstimuliert. Die stimulierende Wirkung bedeutet jedoch, dass die Bremsen im Gehirn stimuliert werden, die Schaltkreise im Gehirn, welche dir Kontrolle geben. Menschen mit ADHS haben Schwierigkeiten, ausgehende Impulse zu kontrollieren. Daher sind sie impulsiv, unruhig oder hyperaktiv. Mit Stimulantien wird sowohl die Ablenkbarkeit als auch die Impulsivität und Hyperaktivität verringert, indem das Bremssystem und die hemmenden Neuronen von diesen stimuliert werden. Genauso wie die Bremsen in deinem Auto können Stimulantien das Gehirn verlangsamen, um Selbstkontrolle zu erlangen. Medikamente schärfen den Fokus und verbessern exekutive Funktionen. Das heißt planen, organisieren, priorisieren. Sie verbessern mentalen Fokus genau wie Brillen die Sehfähigkeit. Verbesserter mentaler Fokus führt zu verbesserter Leistung, mehr Geduld, verringerter Irritierbarkeit, bessere Organisation und zu weiteren Vorteilen. Wie gesagt, unter ärztlicher Überwachung sollten Nebenwirkungen minimal sein. Laut Dr. Hellewell sind die meisten Leute überrascht, wenn sie bemerken, dass Medikamente eine positive Wirkung bezüglich Stimmung, Angst und Aggression haben. Er warnt Patienten vor der Medikation nämlich immer und weist darauf hin, dass sie Angstzustände begünstigen können. Doch die meisten seiner Patienten fühlen sich gelassener, entspannter und weniger von einem Motor angetrieben. Angst und Anspannung sind Werkzeuge, die uns dabei helfen sollen, uns auf Gefahren vorzubereiten. Wenn wir nicht fokussiert sind, verspüren wir eine latente Angst. Wir schrecken uns öfter und sind generell ängstlich, wenn wir keinen Fokus haben und Medikamente helfen uns dabei zu fokussieren. Es gibt zwei Grundkategorien von Stimulantien, jene, welche Methylphenidat beinhalten, meistens bekannt als Ritalin, und die zweiten, das sind die amphetaminhaltigen Medikamente, in den USA häufig als Adderall, in Deutschland allerdings nur unter dem Namen Elvanse bekannt. Diese Medikamente sind sowohl für Kinder als auch für Erwachsene zugelassen. Es gibt viele Studien bezüglich ihrer Wirksamkeit und eine gute medizinische Erfahrung, an welcher man sich zuverlässig orientieren kann. Deshalb macht es auch Sinn, mit einem stimulanzbasierten Medikament anzufangen. Wenn dieses nicht funktioniert, kann ein anderes Wirkung zeigen. Also wenn du zum Beispiel auf ein auf Methylphenidat basierendes Medikament wie Ritalin zurückgreifst und dieses nicht hilft, dann könnte eine amphetaminbasierte Stimulanz wie Elvanse ausgezeichnet wirken. Der Hauptunterschied dieses stimulanzbasierten Medikamente liegt in der Wirkungsdauer. Früher gab es keine wirkungsvollen langanhaltenden Präparate. Das heißt, man musste Ritalin drei bis fünfmal pro Tag einnehmen. Das sorgte für Probleme. Erstens, wie sollte man sich das merken? Ein Patient von Hallowell sagte dazu mal, wie soll ich mich an die Einnahme eines Medikaments erinnern, welches mir helfen soll, mich an die Einnahme zu erinnern? Und zweitens, es war sehr unangenehm, für einige Kinder in der Schule ständig Medikamente nehmen zu müssen. Deshalb haben sie sie dann einfach nicht mehr genommen, egal wie sehr sie ihnen geholfen haben. Zudem fiel auf, dass die Wirkung plötzlich nachgelassen hat und einige Leute hatten dann den sogenannten Rebound-Effekt. Das heißt, die ursprünglichen ADHS-Symptome treten nun noch stärker als zuvor auf. Der größte Fortschritt liegt in der Erfindung von langanhaltenden, effektiven Stimulanzien. Die große Revolution ging mit Konzerte einher, welches ein langanhaltendes Präparat mit dem Wirkstoff Methylphenidat ist. Und in Deutschland heißt das Medikinet und zwar in retardierter Form. Retardiert heißt einfach langanhaltend. Und in Deutschland ist es unter dem Namen Medikinet bekannt. Und es funktioniert sehr spannend, denn mit der einmaligen Einnahme von Medikinet soll eine zweimalige Einnahme eines kurzwirksamen Präparats ersetzt werden. Der Inhalt der einen Kapselhälfte wird innerhalb einer halben Stunde, die andere drei bis vier Stunden nach der Einnahme aufgelöst. Vom Hersteller wird für die auf diese Weise stimulierte Zweimalgabe eine Wirkdauer von sechs bis acht Stunden angegeben. Der Vorteil bei Medikinet-Adult im Vergleich mit anderen langanhaltenden Medikamenten ist, dass eine hohe Menge an Methylphenidat sofort freigesetzt wird und das hilft vielen ADHSlern, energiegeladen in den Tag zu starten. Des Weiteren kann Medikinet nicht als Droge missbraucht werden, denn wenn du den Inhalt zerkleinerst, entstehen kleine Scherben und es wird extrem schmerzhaft, wenn du das nasal konsumieren willst. Zudem kann der Inhalt aufs Essen gestreut werden und somit haben es Kinder leichter. Elvanse hat auch eine langanhaltende Wirkung, das heißt der Unterschied zwischen Elvanse und Ritalin ist lediglich die Entscheidung zwischen Methylphenidat oder Amphetamin. Beide wirken gut, doch der einzige Weg, um das herauszufinden, welches besser funktioniert, ist es natürlich beide zu testen. Die langanhaltende Wirkung verbessert die Medikation drastisch. Du kannst heute eine Pille nehmen, die den ganzen Tag wirkt und du musst keine Angst haben, die Einnahme zu vergessen. In der Schule müssen sich Kinder nicht mehr schämen, sie müssen sich nicht mehr daran erinnern und es gibt keinen Rebound-Effekt wie bei normalen Ritalin. Der letzte Punkt ist der wichtigste, denn uns plagen Stimmungsschwankungen. Das ist nicht unwichtig, denn der plötzliche Wechsel von Neugier, Wachsamkeit, Fokus und schlechter Laune führt dazu, dass man sich nicht auf dich verlassen kann. Andere können sich nicht auf dich verlassen, du kannst dich auch nicht auf dich selbst verlassen. Der Rebound-Effekt ist immer noch ein Problem, welches jedoch schwächer und seltener zum Vorschein kommt. Es ist definitiv kein Vergleich zu kurz anhaltenden Präparaten. Also das waren jetzt die Medikamente mit Stimulantien. Nochmal zusammengefasst, Ritalin enthält Methylphenidat und Elvanse enthält eben Amphetamin. Und jetzt kommen wir zu den Medikamenten ohne Stimulantien. Einige Leute wollen einfach keine Stimulantien nehmen und wenn diese nichts für dich sind, hast du exzellente Optionen. Und die erste Option ist Bupropion, das in Deutschland unter dem Handelsnamen Elontril zugelassen ist, das eigentlich ein Antidepressiva ist. Zudem hilft es Leuten, Drogensucht wie Rauchen zu bändigen. Es kann zudem genutzt werden, um ADHS zu behandeln, jedoch ist es nicht so umfassend erforscht wie die Stimulantien. Doch wenn es wirkt, ist es hilfreich. Es ist jedoch die zweite bzw. die dritte Wahl. Nebenwirkungen sind Angstzustände, Wutanfälle, Schlafstörungen und seltener Anfälle. Die zweite Möglichkeit ist Straterra. Mit dem selektiven Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer Straterra ist erstmals ein Medikament für die ADHS-Therapie zugelassen worden, das nicht zur Gruppe der Psychostimulantien gehört und somit auch nicht dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt. Die morgendliche Einmalgabe von Straterra ermöglicht eine kontinuierliche Kontrolle der ADHS-Kernsymptome über den ganzen Tag. Straterra hat keine direkte Wirkung auf Dopamintransporter, sondern agiert präsynaptisch als hochselektiver Noradrenalin-Reuptake-Hemmer. In der Folge steigt die erniedrigte Noradrenalinkonzentration im synaptischen Spalt wieder an. Doch das Präparat beeinflusst indirekt auch die Dopaminaktivität im präfrontalen Kortex, jedoch nicht in Gehirnbereichen, die mit Tics bzw. Suchtverhalten in Verbindung gebracht werden. Die Wirksamkeit von Straterra wurde in zahlreichen placebo-kontrollierten, randomisierten Doppelbindstudien an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nachgewiesen. Dabei war der selektive Noradrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer in der Reduktion von Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität placebo-signifikant überlegend mit der von Methylphenidat vergleichbar. Die morgendliche Straterra-Einmalgabe besserte sowohl abends als auch am darauffolgenden Morgen die Symptome signifikant. Diese Kontinuität hatte in der ADHS-Therapie große Bedeutung, um den gefürchteten Rebound-Effekt am Nachmittag oder Abend entgegenzuwirken und die kritischen Morgenstunden zu kontrollieren. Als unerwünschte Nebenwirkungen traten in der Studie in erster Linie Magen-Darm-Beschwerden, verminderte Appetit, Mundtrockenheit und Kopfschmerzen auf, die jedoch im Laufe der Behandlung wieder abklangen. Einige Patienten zeigten eine geringfügige Steigerung von Puls und Blutdruck. Ein Nachteil ist, dass man mit Straterra keine sofortige Wirkung erzielt. Einer der Hauptgründe, warum Leute keine Resultate sehen, ist, dass sie die Dosis zu schnell erhöhen oder eine zu niedrige Enddosis erreichen. Idealerweise 1,2 bis 1,5 mg pro kg Körpergewicht. Dr. Hallowell empfiehlt folgenden Behandlungsplan. In der ersten Woche 25 mg pro Tag, in der zweiten und dritten Woche 50 mg pro Tag, in der vierten Woche 75 mg pro Tag und in der Woche 5 100 mg pro Tag. Diese Dosis kann dann in der Woche 6 erhöht werden, falls kein Gewichtsverlust oder Nebenwirkungen aufgetreten sind und die Symptome sich nicht verbessert haben. Die Dosis kann einmal am Tag nach dem Frühstück genommen werden. Eine häufige Nebenwirkung ist Übelkeit. Von daher empfiehlt Dr. Hallowell Ingwer-Tee. Das hilft wirklich aus Praxiserfahrung. Des Weiteren kann ein trockener Mund sehr häufig vorkommen. Sorg also dafür, dass du genug trinkst. Aber diese Nebenwirkungen hören meistens nach einer Woche wieder auf. Zudem kann es starke Müdigkeit verursachen und auf der anderen Seite auch Schlaflosigkeit. Appetitverlust. Deshalb halte ich an einen Ernährungsplan, um Gewichtsverlust zu vermeiden. Wenn du schlaflos bist und wenig Appetit hast, dann empfiehlt Dr. Hallowell 15 mg von Myritazipin. Dadurch verbessert sich dein Schlaf und du bekommst mehr Hunger. Und früher hat man gedacht, dass Straterra der einzige Weg ist, um alle Stimulantien loszuwerden und dass es das Beste ist, was es auf dem Markt gibt, was gerade erfunden worden ist. Doch das ist noch nicht passiert. In einigen Fällen kann es jedoch Sinn machen, wenn ein Jugendlicher zum Beispiel zur Suchtrisiko neigt oder eine Tickstörung hat. Und natürlich kann es jeder mit ADHS in Erwägung ziehen. Doch aktuell müssen wir noch lernen, wie man es effektiver verschreibt. Und medizinische Forschung muss betrieben werden. Dann kann es vielleicht mal die Stimulantien ersetzen. Kommen wir zum nächsten spannenden Medikament, nämlich Modafinil. Modafinil wurde ursprünglich entwickelt, um Narkolepsie zu bekämpfen. Das ist einfach eine Krankheit, bei der man plötzlich und ungewollt einschläft. Einige Ärzte in Amerika sehen Modafinil als Ersatz für Stimulantien. Doch Hallowell empfiehlt das Medikament mit anderen Präparaten zu kombinieren. Es kann als Überbrückung fungieren, wenn andere Medikamente nicht den gewünschten Effekt erzielen. Da es 8 bis 10 Stunden wirkt, hilft es die Konzentration auf einem gleichbleibenden Level zu erhalten. Patienten berichten, dass sie entspannter und weniger impulsiv sind. Es hilft auch, um Drogenabhängigkeit zu bekämpfen. Es scheint so, dass Modafinil die Neurotransmitter beeinflusst. Erstens Histamin, das sorgt für Wachheit. Zweitens Orexin, das sorgt wiederum für Wachheit. Des Weiteren beeinflusst es auch noch Dopamin, Noradrenalin, Serotonin und dadurch verbessert sich die Funktion des Frontalhörens. Das heißt, Entscheidungen treffen, Organisation, Zeitmanagement und Prioritäten setzen. Bei Tests wurde dies wirklich nachgewiesen. Es wird manchmal auch als Zentroge beschrieben, weil man zwar wach ist, aber nicht das Gefühl hat, übermäßigen Tatendrang zu verspüren. Es hat also eine subtile Wirkung. Das ist ein Vorteil gegenüber Stimulantien. Dieser Tatendrang liegt vermutlich daran, dass bei Stimulantien sehr viel Dopamin, insbesondere im limbischen System, ausgeschüttet wird. Das heißt, dieses strebsame, übermäßig motivierte Gefühl scheint durch Dopamin ausgelöst zu werden. Und ich sage vermutlich, weil man es nicht exakt weiß. Diese Gefühle können zwar in manchen Situationen vorteilhaft sein, doch in manchen Situationen auch belastend bzw. stressig. Modafinil erlaubt es dir, hochkonzentriert und wach zu sein, ohne diesen unverhältnismäßigen Antrieb zu verspüren. Modafinil wirkt gut in Kombination mit Stimulantien und Straterra, da sich die Wirkungen optimal ergänzen. Zudem hat Modafinil kaum Nebenwirkungen. Allerdings ist es in Deutschland eigentlich nur für Narkolepsie vorgesehen und du kannst es deshalb nur als Off-Label-Use bekommen und zudem wird es höchstwahrscheinlich nicht von der Krankenkasse bezahlt. Das nächste Medikament sind die Beta-Blocker. Das sind relativ neue Medikamente, welche ursprünglich dazu dienten, Blutdruck zu senken und allgemein die Herzfunktion verbessern sollen. Psychiater haben sie aufgenommen, weil sie gut gegen Angst und Wutausbrüche helfen. John Raytay hat in den 80er Jahren umfassende Recherchearbeit betrieben, indem er mit diesen chronische Aggressionen behandelt hat. Er war auch der Erste, der diese mit Stimulantien wie Antidepressiva kombinierte, um Impulsivität, Wutanfälle und Angst zu behandeln. Er hat herausgefunden, dass diese Gefühle von innerer Anspannung und Wut beseitigen, welche ADHSler plagen. Die nächste Medikamentengruppe ist Guanfazin und Clonidin. Beide wurden zur Senkung des Blutdrucks eingesetzt. Clonidin hat eine kürzere Wirkung als Guanfazin. Manchmal wird es als Einschlafpille verwendet, da es eine einschläfende Wirkung aufweist. Es kann auch helfen, Hyperaktivität zu bekämpfen. Einige Leute loben Clonidin, doch es gibt wenige Beweise für die Effektivität bezüglich der ADHS-Behandlung. Es bleibt die zweite bzw. dritte Wahl. Der sinnvollste Gebrauch wäre als Kombination, um Hyperaktivität zu verringern und den Schlaf zu verbessern. Es kann auch genutzt werden, um Aggressionen bei Kindern und Erwachsenen zu behandeln. Es wurden drei Todesfälle beobachtet, offensichtlich ist das nicht zu empfehlen. Guanfazin wirkt länger, es ist deshalb nachteilhaft, wenn man so lange müde ist. Deshalb wird es häufig am Abend mit anderen Medikamenten kombiniert, um Wutausbrüche und Beruhigung zu fördern. Die nächste Medikamentengruppe, das sind die trizyklischen Antidepressiva. Diese Medikamente wurden ursprünglich verwendet, um Depressionen zu behandeln. Die unerwünschten Nebenwirkungen machen sie allerdings zur letzten Wahl, wenn es um die Behandlung von ADHS geht. Als diese Medikamente vor einigen Jahrzehnten erschienen sind, haben sie eine ganz neue Möglichkeit geschaffen, um Schwermut zu behandeln. Diese Medikamente wurden unter anderem auch bei Bettnässerei, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und ADHS verschrieben. John Perry war der Erste, der solche Medikamente in geringer Dosis zur Behandlung von ADHS einsetzte. Er fand raus, dass eine geringe Dosis von 10 mg, zum Vergleich normalerweise sind es 150, die ADHS-Symptomatik verbesserten und kaum Nebenwirkungen aufwiesen. Es ist hier sehr wichtig, Nebenwirkungen zu vermeiden, denn diese sind hier sehr unangenehm. Trockener Mund, Verstopfung, Schwindel, Harnstillstand, Hautausschlag und Schläfrigkeit. Schließlich auch Herzrhythmusstörungen, welche zum Tod führen. Aus diesem Grund haben viele Ärzte auf den Einsatz dieser verzichtet. Falls du dich doch für diese entscheiden solltest, musst du unbedingt ein EKG mit deinem Arzt machen. Lass auch deine Blutwerte prüfen, sodass die Blutplasma-Konzentration nicht zu hoch wird. Darüber hinaus gibt es noch einige Medikamente, welche bei zusätzlichen Erkrankungen wie Depressionen verwendet werden können. Er empfiehlt zunächst, die Stimulantien zu probieren und erst dann ein Antidepressiver zu verwenden, denn häufig führt dir Frust oder das Versagen durch das undiagnostizierte ADHS zu Depressionen. Trotzdem kann eine biologische Depression und ADHS gleichzeitig vorkommen. In diesem Fall würden die Medikamente alles schlimmer machen, denn nun fokussiert sich die Person ausschließlich auf negative Dinge im Leben. Diese Person benötigt Antidepressiver, gepaart mit einer Stimulanz. Er empfiehlt Zitalopram. Das ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmähemme, SSRI, und wird als Antidepressivung in der Behandlung von Depressionen eingesetzt. Wenn du Stimulantien und Antidepressiver kombinieren möchtest, empfiehlt er Venlafaxin. Das ist ein Arzneistoff, der in der Behandlung von Depressionen und Angsterkrankungen verwendet wird. Chemisch gesehen ist es ein selektiver Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmähemme, der seine Wirkung im zentralen Nervensystem entfaltet. Das Medikament hilft auch, wenn du Angststörungen hast, die ohne Therapie verweilen. Das Medikament hilft auch, wenn du Angststörungen hast, die ohne Therapie verweilen. Das Produkt kannst du in Deutschland nur als Off-Label-Use nutzen. Wenn du zu starken Stimmungsschwankungen neigst und vielleicht eine bipolare Persönlichkeitsstörung haben könntest, solltest du keine Stimulanz hinweilen, sondern eher Stimmungsstabilisierer. Da musst du aber sehr ausführlich mit deinem Arzt drüber sprechen. Abschließend soll noch gesagt sein, dass es eine allgemeine Angst als übertrieben ansieht, kannst du vorab mit einem Stimmungsstabilisierer dieses Risiko vermeiden. In der nächsten Podcast-Folge, also im Teil 3 dieser Serie, geht es dann um meine persönliche Erfahrung mit Ritalin. Also abonniere diesen Podcast, sei gespannt, ich freue mich drauf und denke mal dran, dein Traumleben ist nur noch ein Hyperfokus entfernt.